Das allererste Spiel, was ich je gespielt habe, war Lemmings. Falsche Taste. Das erste Spiel, was ich je gespielt habe, war Lemmings. Für den Computer damals. Das war sogar noch nicht mehr auf Windows. Das gab es damals nämlich gar nicht für Windows. Das kam ursprünglich für... Ich weiß gar nicht, was das für ein System war. Da müsste ich die Person, bei der ich das gespielt habe, mal fragen. Auf jeden Fall... Ja. Gab es das gar nicht für Windows. Und damals... Ich weiß gar nicht, ob das Linus war. Gab es damals schon Linus? Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich kenne ich Betriebssystem bloß Windows, Linus und Mac. Ich weiß gar nicht, ob es da schon andere gegeben hat. Ich weiß nur, dass der Rechner damals ein IPM-Rechner war. Also von der Firma IPM. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendjemandem was sagt. Das kann auch sein, dass sie nur in unserem Gebiet unterwegs war. Das sah nicht nach einer großen Firma aus.